Ich bin das Wunder. Ich bin das Wunder dieser Welt, dieses Lebens. Ich kriege jeden Tag Wunder und Miracles. Jeden Tag kommen Wunder und Miracles in mein Leben. Warum bin ich das Wunder? Weil ich ansage, was läuft, weil ich ansage, was ist, weil ich sage, wie die Welt da draußen aussieht und wie die Welt sich für mich dreht, wie sich alles für mich ergibt. Ich sage, um was es sich hier handelt in meinem Leben. Es gibt keine andere Kraft außerhalb von mir, die mir irgendetwas zu sagen hat oder sagen kann. Es gibt nichts und niemand. Nichts und niemand ist in meiner Welt, außer ich sage, er oder sie oder es befindet sich darin. Ich sage, wie die Dinge sind. Ich bin absolut bei mir, hundertprozentig bei mir, bei dem, was ich bin und bei meinen Überzeugungen, die ich selbst wähle. Ich lasse keine Kraft von außen zu. Ich erlaube niemandem, mir irgendetwas anderes zu sagen, als das, was ich weiß über mich in Wahrheit, wer ich bin. Und diese Überzeugung, diese Überzeugung ist ungebrochen. Ich lasse mich nicht beirren. Ich lasse mich nicht durch Umstände jemals davon abbringen, dass ich hundertprozentig genau weiß, wer ich bin, wo meine Kraft ist, in meinen Gedanken, in meinen Vorstellungen. Und genau so überzeugt gehe ich jeden Tag durchs Leben. Und durch diese Energie in mir transformieren sich alle Umstände zu dem, wie ich sie haben will. Und ich will sie perfekt. Ich will sie aus perfekter Liebe. Ich will sie aus höchster Perfektion. Und andere Umstände lasse ich nicht zu. Das bin ich. Mein Name ist Patricia Dender. Das ist mein Selbstkonzept. Und es gefällt mir. Und ich liebe mich genauso, wie ich bin.